Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 296. Mal bei Hoaxhiller, dem skeptischen Podcast. Wie immer fast bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxhiller-Folge. Und bei mir ist natürlich, also mehr oder weniger, bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wie ihr merkt, es ist wieder die Zeit des Jahres, an der ich ein Strohwitfer bin und alleinerziehender Vater von zwei Katzen. Weil Alexa an ihrem Heimatort ist und dort Haus und Hof hütet. Und Hund. Und Hund. Und deswegen müssen wir remote aufnehmen. Und ich hoffe, dass wir heute gute, gute Audioqualität euch liefern können. Das ist ja auch der Grund, warum das eigentlich noch eine Mai-Folge ist, die jetzt im Juni erscheint. Aber die Qualität war bei mir jetzt mal nicht so überzeugend, Alexa. Nee, wir haben merkwürdige Geräusche in der Leitung gehabt, die wir uns bis heute nicht wirklich erklären können. Die uns aber schon wahnsinnig gemacht haben. Also mich nicht, weil ich sie nicht gehört habe, aber du hast sie gehört. Und die euch da draußen bestimmt auch wahnsinnig gemacht hätten. Das wollten wir euch einfach ersparen. Und deswegen heute in deutlich besserer Qualität. Das wissen wir jetzt schon, diese neue Episode, die natürlich wie alle anderen Episoden auch wieder mit einer Story von Alexa beginnt. Die heutige Story, die ich persönlich ziemlich gruselig finde, dreht sich um den Königssee in Bayern. Das ist ein ziemlich tiefer, fjordartiger See. Ziemlich verwunschen. Also man kann sich da natürlich überall Bilder angucken. Bei Instagram zum Beispiel. Sieht wunderschön aus. Wirklich herrlich zum Wandern. Und es führen keine Straßen um diesen See herum. Und trotzdem erzählt man sich eine Geschichte, die sich vor langer, langer Zeit in den 60er Jahren zugetragen haben soll. Als in einem Winter wieder mal, das war gar nicht so unüblich, der See zugefroren war und für Kraftfahrzeuge und für Fußgänger freigegeben war. Da wollte ein Mann unbedingt abends nach St. Bartholomä fahren mit dem Auto über den See. Es gab aber eine Absperrung. Er hat sich davon aber nicht abhalten lassen und hat sich selber einen Weg über eine 40 Meter tiefe Böschung auf den See gesucht und ist dann mit seinem VW Käfer losgefahren über das Eis nach St. Bartholomä. Hin hat das auch geschafft. Man erzählt sich, er wollte da seine Partnerin oder seine Geliebte besuchen, die in einem Gasthof dort gearbeitet hat wohl. Zurück hat er es aber nicht mehr geschafft. Er ist dann ins Schlingern gekommen und an einer Stelle, wo das Eis eben nicht mehr vorhanden war, die nicht zugefroren war, einfach im See versunken. Und man hat sehr, sehr lange Zeit den VW Käfer gar nicht gefunden. Erst viel, viel später, nebst dem Fahrer, der dort ertrunken ist. Wenn die Geschichte denn stimmt, das erzähle ich euch am Ende der Sendung. Ich bin sehr gespannt, fast ein bisschen elaboriert, als wenn es nicht stimmen würde, aber gut, das werden wir dann am Ende der Sendung erfahren und haben jetzt im Grunde genommen eine Huxleyer Crime Episode wieder, aber das machen wir vielleicht gleich nach dem Jingle. Thema der Woche Ja, das Thema der heutigen Sendung passt eigentlich in das Segment Huxleyer Crime hinein und wir haben das so ein bisschen zusammengesucht, weil wir heute auch noch eine Verlosung und noch ein Interview in der Sendung haben werden. Und da haben wir gedacht, wir gucken mal bei den Themen, die wir uns anschauen wollten für die nächsten Episoden, was passt da besonders gut zu. Und dann hast du ja im Grunde genommen dieses Thema dir rausgesucht, Alexa. Ein ganz entspanntes Thema, nämlich ein Axtenmörder im Grunde genommen, oder? Genau, einen fünffachen Mord, der mit einer Axt verübt worden ist und der sich zugetragen hat, gegen Ende des 19. Jahrhunderts in einer deutschen Gemeinde in Illinois, in der Nähe von St. Louis, Missouri. Und das Städtchen, in dem sich das zugetragen hat, heißt eigentlich Millstadt, beziehungsweise die Gemeinde, in der das stattgefunden hat, die es damals gegeben hat, nannte sich Sackstown. Und ja, war bewohnt von einer sehr, sehr eng miteinander verbundenen deutschen Community von Auswanderern. Und es war überhaupt eine wahnsinnig spannende Zeit, 1874, relativ kurz, nur wenige Jahre nach dem Sezessionskrieg. Wirklich eine Zeit der Umbrüche, der Neuordnung und auch in dieser ländlichen, vermeintlich friedlichen Gemeinde haben sich dann wirklich schreckliche Verbrechen zugetragen. Warum und wieso und was der Hintergrund sein könnte und was da noch eine Rolle gespielt hat, werden wir im Laufe der Sendung besprechen. Interessant vielleicht erst nochmal, weil du gesagt hast, verschiedene Namen, ist, dass es sich tatsächlich um eine richtig deutsche Enklave im Grunde genommen gehandelt hat. Also Frühzeit der Vereinigten Staaten von Amerika, wo es natürlich große Bewegungen gab von Europa nach Amerika und ja, offensichtlich da noch so ein Stück Sozialpsychologie. Man wollte unter sich vielleicht auch sein, man hat sich wohl gefühlt unter anderen Deutschen. Sackstown im Grunde genommen, weil es ja eher so sächsische Siedler damals waren, ist eine der Vermutungen, dass deswegen der Name so gewählt worden ist. Ein Punkt, der ganz interessant ist, je nachdem, wo man hinschaut, die Familie, um die es dreht, soll sich oder soll aus Hille stammen. Und wenn das dann dem so wäre und das nicht durch irgendwelche Amerikaner, die recherchiert haben, irgendwie verunglimpft ist oder der Name falsch ausgesprochen worden ist oder man sich vertan hat, dann ist das tatsächlich eine Gemeinde und ein kleiner Ort, der wirklich bei mir an meiner Heimatstadt direkt ums Eck ist. Also ich bin in meinem Leben, in meiner Jugend, in meiner Kindheit sehr, sehr häufig in Hille gewesen und das fand ich dann auch nochmal spannend als Information, wenn es denn stimmt, wenn es nachweisbar wäre, dass das die Geschichte direkt bei mir ums Eck war. Ja, also vielleicht an der Stelle kurz zu der Quelle, die da wirklich am besten ist für diesen Fall. Also es gibt im Netz auch so ein paar Artikel, die das Ganze schon natürlich mit Fakten aufbereiten, aber teilweise auch so ein bisschen ausgeschmückt sind. Also bei American Hauntings zum Beispiel gibt es einen relativ langen Artikel über den Fall, aber da sind halt manche Details so beschrieben, dass ich sagen würde, vielleicht hat der Autor, die Autorin da so ein bisschen noch mehr Fleisch an den Knochen haben wollen. Es gibt aber eine sehr, sehr gute Quelle, ein Buch von einem Journalisten, Nicolas Pistor, der wirklich, also der ist dort aufgewachsen in der Gegend und auch wirklich schon als Jugendlicher, als Kind mit diesen Geschichten konfrontiert worden. Und er hat dann irgendwann gesagt, ich rolle das Ganze wirklich mal auf und studiere alles, was es an zeitgenössischen Quellen, sprich an Zeitungsartikeln gibt zu dem Thema und fasse das in einem Buch zusammen. Und der hat was ganz Tolles gemacht, muss ich sagen. Der hat nämlich nicht nur den Fall beschrieben und spekuliert, wer es gewesen sein könnte. Das weiß man nämlich bis heute nicht, sondern der hat auch ganz viel darüber geschrieben, wie die Menschen damals dort gelebt haben, was für einen Hintergrund die hatten, wie diese Gemeinschaft funktioniert hat, wie das Land, in welchem Zustand das Land gewesen ist, 1874. Und allein das liest sich kulturgeschichtlich schon so spannend, dass ich das wirklich jedem, der drankommt, empfehlen würde. Und der hat halt eben auch recherchiert, was diese Geschichte, was diese Familie, um die es da geht, die ermordet worden ist, für einen Hintergrund hatte. Also es geht um eine Familie, wir würden sagen Stelzriede, so schreibt sich das. Er sagt im Buch, das Ganze würde Stilzenrieder ausgesprochen, das ist dann die amerikanische Aussprache. Und diese Familie bestand zum Zeitpunkt des Mordes aus einem Großvater, seinem Sohn, also dem Vater der Familie, dessen Frau und zwei Kindern. Ich glaube, das eine Kind war entweder sieben oder acht Monate alt und der Sohn war so um die drei Jahre. Und das sind dann die Menschen, die eben ermordet wurden. Und die kamen, wie du eben beschrieben hast, so schreibt Pister aus Hille. 1844 ist der Großvater, der Carl Stilzenrieder, aufgebrochen mit seiner Frau aus Hille und hat dann eben diese wirklich gewagte Reise auf sich genommen, weil er in Deutschland einfach so viel Unglück hatte, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Er hatte ein Haus, das ist ihm abgebrannt. Das war vermutlich Brandstiftung. Dann hat er ein Haus etwas kleiner wieder aufgebaut, da ist der Blitz eingeschlagen. Dann sind drei Kinder gestorben und dann hat er irgendwann gesagt, so ich habe die Nase voll von Deutschland. Die Zeiten sind einfach reif dafür, sich zu verändern. Und dann ist er nach Amerika gegangen und diese Auswandererschiffe, das war auch nochmal wirklich so ein Kapitel für sich. Wer das auf sich genommen hat, Ende des 19. Jahrhunderts, so eine Reise, der musste wirklich hart im Nehmen sein. Diese Schiffe wurden teilweise auch die schwimmenden Särge genannt. Also die waren grausig. Habe ich lange nicht mehr gemacht, Alex, aber eigentlich könnte man mal wieder den Satz sagen, darüber und Alice Island könnte man eigentlich auch mal eine Huxeller-Folge machen, oder? Oh ja, das ist wirklich eine eigene Folge wert. Wenn wir das Thema auffächern, dann wird es zu viel. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, wir haben so ein bisschen rumlafiniert, haben wir gar nicht gesagt, also eine Familie wird ermordet. Und ich habe mal rausgesucht, die Ereignisse, die wir euch gleich natürlich noch schildern, haben stattgefunden am 17. März 1874, oder da hat man die Ermordeten aufgefunden. Also vielleicht einen Tag vorher ist das passiert. Und ich wollte mal hier was vorlesen aus der Zeitschrift The Bellwill Advocate. Und das ist dann am 27. März erschienen, also zehn Tage später. Also Anmerkung, Bellwill ganz in der Nähe, also so ein paar Dörfchen weiter. Also die Stadt, in der schon so ein bisschen mehr Infrastruktur war. Ja, genau, die dann eigene Zeitung dann handelt. Und ich habe das mal übersetzt, was die damals dann geschrieben haben. Und ich zitiere ja, wie so der Artikel dann beginnt. Mehrmals wurden wir dazu aufgefordert, Bluttaten und Schurkereien zu dokumentieren. Und jetzt verpflichten wir uns, das entsetzlichste Verbrechen zu dokumentieren, das sich in diesem Staat seit einigen Jahren ereignet hat. Eine Untersuchung durch einen Beamten ergab eine Szene, die das stärkste Herz zum Zittern bringen würde. Wären die Mörder von den Nachbarn der erwordneten Familie überführt worden, die sich bei der Untersuchung des Gerichtsmediziners um die Leichen versammelt hätten, es hätte keinen Richter gebraucht oder Geschworenen, denn die aufgeregte Bevölkerung hätte sie sicher in Stücke gerissen. Also, recht eindringlicher Zeitungsartikel. Und wir müssen jetzt natürlich mal beschreiben, auf was sich diese Einleitung, diese sehr reißerische Einleitung bezieht. Und springen dann also jetzt nochmal zehn Tage zurück zum 17. März 1874, wo einer der Bewohner von Sexton, nämlich Benjamin Schneider, oder wie man damals wahrscheinlich gesagt hat, Benjamin Schneider, aber da merkt man schon natürlich, Schneider, auch jemand, der in dieser deutschen Enklave gewohnt hat, der wollte sich Kartoffelsamen leihen, was man so gemacht hat, wenn man da auf dem Land gewohnt hat, und Farmer war, was war natürlich das Haupteinkommen. Und der ist also zu den Nachbarn, zu den Stelzen Reeds gegangen. Und dann hat er was ziemlich Grausames vorgefunden, als er dann das Haus betreten hat. Ja, also so ein bisschen hat mich diese ganze Szenerie an den späteren Fall in Deutschland an Hinterkaifeck erinnert. Denn es war auch zum Beispiel, es kam ihm schon merkwürdig vor, dass eben das Vieh nicht versorgt war und da kein Rauch aus dem Schornstein quoll. Also man hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie Aktivität herrscht, was normalerweise auf so einem Bauernhof die Zeit, zu der er da hingegangen ist, absolut der Fall gewesen wäre. Also da war es total ruhig, im wahrsten Sinne des Wortes totenstill. Naja, und dann sind dann eben später, als man das Haus begangen hat, es sind den Quellen unterschiedlich, ob er selber da durchgegangen ist oder ob er dann direkt Hilfe geholt hat, Nachbarn geholt hat, die Szenerie beschrieben worden. Also der Tür am nächsten war wohl der Sohn zu finden mit eingeschlagenem Schädel und durchgeschnittener Kehle, der wohl sich mit dem Angreifer einen Kampf geliefert haben musste. Es fehlten ihm drei Finger, also der hat sich irgendwie gewehrt, der hatte Abwehrverletzungen. Ja. Dann war die Mutter mit ihren beiden Kindern zu finden, also die Frau von Fritz. Das Kind, also die Mutter und das Baby lagen auf dem Bett. Allen waren die Schädel eingeschlagen worden, der Mutter auch die Kehle durchgeschnitten und der Sohn war wohl so stark verunstaltet, entstellt, dass man sein Gesicht kaum erkennen konnte. Und man hat den Großvater auch noch gefunden, den Karl, den Auswanderer damals 1844, der sein Glück in den USA suchen wollte, der eben auch einen eingeschlagenen Schädel hatte und dann eine so tief durchgeschnittene Kehle, dass der Kopf fast abgetrennt war. Also wirklich aufs Grausamste, die Szenerie, die da ja vorgefunden wurde. Und es war dann tatsächlich so, dass man sich auch Hilfe suchen musste. Und die war eben zu allernächst in Belleville zu finden. Das heißt, die war gar nicht am Ort, sondern man musste dann irgendwie gucken, dass man Sheriff und Deputy und überhaupt irgendwie die Behörden in Belleville informieren konnte. Was man dann auch gemacht hat, vielleicht noch eine Sache, die unter Umständen wichtig sein könnte, ist, dass man in einem der Türrahmen auch quasi die Spur einer Axt gefunden hat. Und jetzt muss man wissen, dass die, wenn ich das richtig gelesen habe, Eichenholz verwendet haben, was dann auch sehr hart geworden ist, um diese Blockhütte zu bauen. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, da eine Axt reinzutreiben, soll also heißen, da hat jemand mit ordentlich Wucht aufzugeschlagen. Was ja auch diese starken Verletzungen natürlich erklärt. Und so hat man hinterher geschlossen in den Ermittlungen, nur um das in die Beschreibung noch mit aufzunehmen, dass es jemand sein müsste, der den Umgang mit so einer Axt gewöhnt sei. Das hat hinterher nochmal eine gewisse Bedeutung. Und jetzt hast du schon beschrieben, man musste in den nächsten Ort gehen. Also es gab natürlich keine Polizeistationen um die Ecke. Und zu dem Zeitpunkt, an dem Benjamin Snyder da gewesen ist, hatte es geregnet. Und im Grunde genommen der Zugangsweg zu der Hütte des Stelzen Readers war im Prinzip so eine Morastspur. Das war ja natürlich noch keine richtig befestigte Straße, sondern eher so ein Feldweg. Das heißt, das war auch relativ beschwerlich, erst mal wieder nach Belleville zu kommen, um dann die Sheriffs zu verständigen, die dann auch irgendwann kamen. Aber da ist natürlich sehr viel Zeit ins Land gegangen. Und ein großes Problem dabei in so einem kleinen Ort, wenn so etwas Schreckliches passiert, ist natürlich, da spricht es sich rum. Und bevor jetzt, also in unserer Fantasie, wenn so etwas stattfindet, haben wir eine Spurensicherung. Die ist relativ schnell da. Die Spuren, wird alles abgeriegelt. Da war es eher so, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis überhaupt mal ein Beamter der Polizei oder der Behörden vor Ort war. Aber was schon längst passiert war, ist, dass im Grunde genommen der ganze Ort sich dieses furchtbare Ereignis angeschaut hat und dann natürlich auch durch die Blockhütte gelaufen ist, um die Blockhütte rum, auf dem Weg dahin. Das heißt also, viele, viele Spuren, die man eventuell hätte verwerten können, über die Möglichkeiten der Polizei, der damaligen Polizei, werden wir sicherlich auch noch mal sprechen, waren aber sowieso schon mal vernichtet, verräumt, verwischt, wie auch immer, weil der ganze Ort natürlich da war. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Artikel aus der Zeitschrift, den ich gerade vorgelesen habe. Da stand halt tatsächlich der ganze Ort im Grunde genommen in dieser Blockhütte erst mal schon drin. Und das hat natürlich dann Konsequenzen auf den späteren Verlauf gehabt. Ja, also wir haben sogar den Fall, und das beschreibt der Pistor auch ganz anschaulich, dass man Journalisten an Ort und Stelle gelassen hat. Also die Vorstellung heute, dass ein Reporter an den Ort eines Verbrechens darf, während die Leichen da noch liegen und da rumlaufen darf und Bericht erstatten darf, ist völlig absurd. Aber damals war das halt okay. Das heißt, da sind sogar Reporter rumgelaufen und haben sich dann als, ja, wie sagt man, haben sich da investigativ betätigt und haben ihre eigene Nachforschung vor Ort angestellt, während sozusagen die Menschen da noch erschlagen, in ihrem Haus lagen. Und eben auch der ganze Ort. Das heißt also, es ist wie so eine Schockwelle durch die ganze Gegend gelaufen, das Ganze. Und wir haben jetzt zwei unterschiedliche Neuerungen. Wir haben ein Zeitungswesen, das sich auszubilden beginnt und das sich teilweise schon ausgebildet hat. Das heißt also, die Berichterstattung wird ziemlich genau. Und die Leute wollten auch ganz genau wissen, was da mit diesen Menschen ist. Das Ganze ist sogar auf der Titelseite der New York Times gelandet. Der Fall ist sogar bis nach Berlin vorgedrungen und dort in den Zeitungen aufgegriffen worden. Und wir haben auf der anderen Seite aber wenig Möglichkeiten für die Polizei, da tatsächlich tätig zu werden und den Fall zu untersuchen. Es geht schon damit los, dass der Sheriff eigentlich kein ausgebildeter Kriminologe war, sofern es das überhaupt gab damals, sondern der war einfach Politiker und der hat dieses Amt innegehabt und wollte da halt für Ruhe und Ordnung sorgen. Und die einzige Möglichkeit, überhaupt den Fall zu lösen, wäre gewesen, einen Verdächtigen zu haben und diesen Verdächtigen zu einem Geständnis zu bringen. Sonst gab es nicht. Also kein CSI, Belleville oder so, sondern einfach Befragung und dann hoffen, dass derjenige einknickt und sagt, ja, ich war's. Tatsächlich noch nicht mal Fingerabdrücke, das kam erst ein bisschen später ins Spiel. Aber da haben wir ja schon gerade beschrieben, selbst wenn es das unter Umständen damals schon gegeben hätte, wenn da investigative Reporter unterwegs sind und die haben natürlich dann irgendwann schon auch die Verstorbenen mit Tüchern abgedeckt. Das heißt, wo nimmst du die Tücher her, du fasst Sachen an, du machst unter Umständen sogar Schränke auf. Also das alles war hinfällig. Man hat dann in der Hand, das war tatsächlich noch eine Spur, die man gefunden hat, in der Hand eines der Opfer rote Haare, also Haare eines rothaarigen Menschen vorgefunden. Das hat dann hinterher auch dazu geführt, dass es eine Verhaftung gegeben hat. Heute, nur um es nochmal wieder zu beschreiben, mit Genanalysen wäre natürlich völlig klar gewesen, wenn ich Haare an einem Tatort habe und die Haare vom Kopf prüfen kann von jemand anderem, dann könnte ich zumindest mal klären, dass diese Person am Tatort war und angefasst worden ist. Ob das dann der Mörder gewesen ist oder die Mörderin, sei mal noch dahingestellt. Aber selbst das war ja natürlich jetzt gar nicht möglich, sondern der hatte halt Haare eines rothaarigen Menschens in seiner Hand. Das war im Grunde genommen die einzige Spur. Was man da noch gefunden hat, war Tabak beziehungsweise ein Tabaksbeutel mit Blutspuren und das war in einer, also man hat dann die Umgebung der Hütte abgesucht und hat das dann gefunden und jetzt könnte man sagen, was hat das damit zu tun? Also es ist davon auszugehen, dass der Täter sich auch verletzt hat bei dieser Aktion. Das ist übrigens auch häufiger so, dass man mit Waffen auf Menschen losgeht, sei es Exo, sei es Messer, dass auch der Täter Verletzungen davon trägt bei solchen Ereignissen und so eine damals tradierte Behandlungsmethode, wenn man denn Wunden hatte, war da tatsächlich Kautabakblätter draufzulegen, weil man meinte, damit die Blutung stoppen zu können. Und das, was man dann geschlossen hat, war also, dass dieser Tabak, Tabaksbeutel, den man gefunden hat mit den Blutspuren, dem Täter gehört haben muss, der eben Wunden hatte und die dann damit die Blutung stoppen wollte. Und es gab dann relativ schnell Stimmen, die gesagt haben, das ist doch in Richtung der Bolz-Farm, da muss doch was faul dran sein. Genau, dieser Herr Bölz oder Bolz oder wie auch immer man ihn dort ausgesprochen hat, war der Schwager, verheiratet mit der Anna Stelzen-Rieder. Und der hatte sich sowieso mit den Stelzen-Readers so ein bisschen überworfen, da ging es auch um Geld, um Erbschaften, um Eifersüchteleien. Und insofern dachte man dann, aha, da hat es einen Konflikt gegeben und es deuten gewisse Dinge darauf hin, dann soll der auch mal verhaftet werden. Insgesamt hat man dann im Zusammenhang mit diesen Morden acht Leute als Verdächtige verhaftet, aber nicht in einem einzigen Fall konnte man irgendwie ja tatsächlich ein Geständnis erzwingen oder sonst irgendwie Indizien finden, die das dann richtig wasserdicht gemacht hätten. Und insofern musste man die dann alle wieder laufen lassen. Es war noch ein Bruder von dem Karl im Gespräch, der auch sich gestritten hat. Auch da ging es um Geld. Und schließlich hatte man dann noch jemanden, der mal für diesen Bruder gearbeitet hat, einen sogenannten Grubber. Das war so ein Landarbeiter, der spezialisiert war darauf, Baumstümpfe zu entfernen. Ganz interessant in dem Zusammenhang, die deutschen Aussiedler haben sich das Land immer danach ausgesucht, wie die Bäume da wachsen. Also wenn die irgendwo ein Stück Land gefunden haben, wo ganz besonders tolle Bäume wuchsen, dann wussten die, aha, da ist wahrscheinlich auch toll, Landwirtschaft zu betreiben, da ziehen wir hin. Und insofern musste man dann sehr viel Rodung natürlich auch vornehmen und brauchte dann Leute, die wirklich geschickt damit waren und viel Kraft hatten und mit so einer Axt umgehen konnten, mit so einem Gerät, mit so einem schweren und dann eben auch diese Baumstümpfe entfernen konnten. Und ein gewisser Mr. Erfgen, der war halt da spezialisiert drauf, der hat das gemacht und den hatte man auch im Verdacht, diese Morde begangen zu haben und zwar im Auftrag. Also es war tatsächlich so, dass Bells und Erfgen verhaftet wurden, der Bells sogar zweimal und man hat die dann auch mit den Bildern konfrontiert, man hat die eben auch versucht weich zu kochen und befragt natürlich, aber das hat alles nichts genützt und vor einer Jury sind sie dann eben nicht schuldig gesprochen worden und insofern musste man sie dann wieder laufen lassen. Ja, ich habe gelesen, dass der Bells oder Bolz oder wie auch OE geschrieben so in allem, was man so findet, bei dem Anblick der Aufnahmen der Fotos tatsächlich fast zusammengekloppt ist, sodass die Jury und auch die entscheidenden Leute, obwohl es nicht genau dokumentiert ist, das muss man schon sagen, also diese Verhöre und Verhandlungen sind nicht dokumentiert. Vor allem das ist verloren gegangen. Verloren gegangen, genau, also wir wissen es heute nicht mehr. Es wird aber berichtet, und das ist halt die Frage, wie viel Fiktion ist es und wie viel real ist es, was man so lesen kann. Er soll halt wirklich zusammengeklappt sein, weil das so grausam war, was dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, naja, vielleicht hat er es nicht selber gemacht, weil ihn das so fertig gemacht hat, was er da gesehen hat, aber vielleicht hat es einen Auftrag gegeben, denn, und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Geschichte, ein Motiv ist ja immer auch spannend, also warum sollten da fünf Menschen so grausam umgebracht worden sein? eine Option wäre natürlich irgendein, ja, vielleicht sogar psychopathischer Serienkiller, der da zugeschlagen hat, oder eben ein Triebtäter, der auf so einen Gewaltexzess, den er ausleben wollte. Eine andere These ist, Karl Stelzenrieder war sehr erfolgreich im Geldverleihen, die hatten es insgesamt, weil sie sehr fleißig waren und als sehr, sehr sparsam galten, zu einem gewissen Vermögen gebracht und er hat Geld verliehen und hat dafür auch Zinsen genommen und konnte anderen Leuten erstmal damit helfen, natürlich in schwierigen Zeiten, eine kleine Wirtschaftskrise zur damaligen Zeit, er war ein bisschen vermögend und so war es jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, dass sie dem Schwager, also dem Schwager seiner Familie, der Kinder, Geld geliehen hat und es soll überliefert sein, dass es um 200 Dollar ging und dass es da auch Streitereien gab, weil der Herr Bortz eben scheinbar nicht in der Lage war, das Geld zurückzuzahlen und es wird kolportiert, je nachdem, was man so liest an Quellen, dass der Karl irgendwann gesagt hat, dann nehme ich dir halt deine Farm weg, wenn du das Geld nicht bezahlst und das gilt bis heute als eines der besten Motive und dann eben die Frage, wenn er es denn nicht selber gemacht hat, vielleicht hat er einen Killer beauftragt im Grunde genommen und dann sind wir bei dem Herrn Erfgen, der übrigens ja rote Haare hat, was ja die Geschichte besonders spannend macht, also jemand, der mit der Axt umgehen kann, rote Haare hat, eventuell vielleicht einfach auch Geld benötigt hat oder sich vereinbart hat, das ist jetzt natürlich Spekulationen, dass er dann eben Geld bekommt, um diese Morde zu begehen und ich habe ein oder zweimal gelesen in all den Quellen, die wir euch natürlich alle verlinken werden, das Buch von dem Herrn Pistor habe ich noch nicht gelesen, dass der Erfgen hinterher eine, ja Taschenuhr besessen haben soll, eine goldene Taschenuhr angeblich und wenn man ihn gefragt hat, wo er die denn her hätte, hätte er immer nichts gesagt, sondern nur versonnen gelächelt und in vielen der Artikel, die man so liest, das hat aber dann schon eher so Creepypasta-Niveau, es steht dann immer drin, dass genau so eine Uhr auch der Hersteller Sennria besessen hat. Also das weiß ich halt nicht, ob das tatsächlich zu den Fallfakten gehört, aber es ist natürlich jetzt auch so, dass wir bei einem Fall, der damals, also heute wissen wir es, ist ja etwas in Vergessenheit geraten, aber damals so viel Aufsehen erregt hat, natürlich auch viele Leute so ihre eigenen zusätzlichen Geschichten drumherum spinnen, insofern ist es natürlich aus der heutigen Sicht auch wahnsinnig schwer, da Fakt von Fiktion zu trennen und das hat der Pistor eigentlich noch so gut es geht versucht, wobei auch schon damals in den Zeitungen die Frage war, wie viel da belegt ist und wie viel eben auch Spekulation ist, aber er hat immerhin zeitgenössische Quellen genutzt und versucht, die auszuwerten. Wir werden es vermutlich niemals abschließend erfahren, aber was der Pistor noch rauskriegen konnte, war, dass der Bölz dann verschwunden ist aus Sackstown beziehungsweise Milstadt und der ist nach Nebraska gegangen und hat sogar seinen Namen geändert und hat da im Prinzip ein neues Leben angefangen. Der war auch ziemlich schwer zu finden, aber der Pistor mit seiner journalistischen Spionase hat das rausgekriegt. Also der hat noch mal ganz neu angefangen. Gut, auch das ist jetzt nicht der Beweis dafür, dass er den Mord in Auftrag gegeben hat oder die Morde in Auftrag gegeben hat, aber Pistor selber hält die Variante, dass jemand einen Auftragsmord bestellt hat für wahrscheinlich, obwohl man es natürlich nie mit letzter Sicherheit rekonstruieren wird. Du hast vorhin noch so im Vorbeigehen erwähnt, dass es eine Wirtschaftskrise gegeben hat. Das ist vielleicht noch mal ein, zwei Sätze mehr wert. Das war nämlich der Gründercrash 1873, der dann auch relativ schnell international für Schwierigkeiten gesorgt hat und auch dann natürlich an der Börse in New York angekommen ist und eine Zeit ausgelöst hat, die in den USA The Long Depression genannt wird. Das heißt also, das war jetzt zusätzlich zu den ganzen Problemen, die man im Nachgang des Sezessionskrieges hatte, noch mal verschärfte Bedingungen für die Menschen da. Also das war damals wirklich ein ganz, ganz hartes Leben mitten in einer tiefen Rezession einer Wirtschaftskrise und mit Unruhen im Nachgang des Civil War und das war sicherlich auch für die Landbevölkerung in so einem Gebiet nicht einfach, da überhaupt durchzuhalten und wenn dann jemand ist, der sich geschickt anstellt und sagt, meine Farm kann nicht größer werden, weil ich von allen Seiten von anderen Ländern, also von anderen Grundstücken eingeschlossen bin, dann verlege ich mich eben aufs Geld verleihen und gucke mal, dass ich so vermögend werde. Dann ist natürlich so jemand auch gefährdet sozusagen und es hat noch sehr, sehr lange nachgewirkt in der Gegend, dieses Verbrechen, weil die Leute wirklich alle Angst hatten um ihr Geld, das sie zu Hause gehütet haben. Also so diese Vorstellung, ich muss mein Geld irgendwo verstecken und ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen aus Angst, dass jemand einbricht, das hat sich noch so lange durchgezogen, dass eben dieser Pistor selber mit diesen Geschichten konfrontiert wurde in seiner Jugend und das ist schon ganz spannend, weil der Fall ansonsten national und erst recht international etwas in Vergessenheit geraten ist. Also wenn wir da zum Beispiel an Lizzie Borden etwas später denken, dann ist das natürlich ganz anders gelagert, weil wir den Namen Lizzie Borden heute noch kennen und den Spruch, der damit verknüpft ist mit diesen angeblichen Morden, obwohl sie dann ja freigesprochen wurde. Interessant ist dann auch die Dimension, die das damals getragen hat, auch da können wir nochmal ein paar Worte drüber sagen, wir haben schon gesagt New York Times, es gab Stimmen, die damals behauptet haben, dass grausamste und bedeutendste Verbrechen nach dem Attentat auf Linken, also das war der Scope, den man diesem Mehrfachmord gegeben hat und am 22. März war es dann auch wird berichtet so, dass über 1000 Menschen an dem Familienbegräbnis teilgenommen haben und auch da gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, denn die sind dann in der Nähe begraben worden am Ort in dem kleinen Freivogel Cemetery, es ist ganz witzig, dass der Freivogel heißt, in einem Artikel ist es dann auch falsch geschrieben, wir haben auch eine YouTube-Doku gesehen, wo man das Schild lesen konnte, als Deutscher sieht man natürlich, dass es der Freivogel Friedhof ist und da sind sie in einem Grab ohne Grabstein anonym beerdigt worden, die Familie in drei Särgen, also der, nee, drei Särge, doch in drei Särgen bin ich das richtig auf die Kette bekommen, nämlich die beiden Männer in einem Sarg und die Mutter mit den beiden Kindern zusammen in einem Sarg und man hat dann, wie du schon sagst, auch in Deutschland von diesem Verbrechen gehört und man hat dann Geld gesammelt, weil man denen ja ein vernünftiges Monument, also so Grabsteinen vernünftigen zukommen lassen wollten, hat gesammelt und dann ist es so, dass es auf dem Walnut Hill Cemetery in Belleville dann wieder tatsächlich dann dieses, so eine Art Obeliske gegeben hat zu Ehren der Familie und man wollte dann die Gebeine umbetten und es gibt jetzt so unterschiedliche Geschichten in einem Artikel, den ich hier jetzt gelesen habe, steht drin, dass die Bürgerinnen und Bürger das dann nicht wollten, dass die Gebeine nochmal gehoben und umgebettet werden, es gibt auch Stimmen, vielleicht sind das eher kirchenkritische Stimmen in Amerika, die behaupten, die Kirche hätte das damals nicht mehr gewollt, dass da umgebettet wird. Das waren die Bauern in der Existenz, also das beschreibt der Pistor in seinem Prolog ganz schön, die sind da wirklich mit Fackeln und Spitzhacken aufgebraucht und haben den Menschen, der das dann also veranlassen wollte, der die ausbuddeln sollte, buchstäblich vom Hof gejagt und haben das dann verhindert, zweimal sogar, also die haben sich da mit Händen und Füßen gewehrt. Ist dann ganz interessant, weil in der einen YouTube-Doku, wo sie vor Ort dann auch mit dem aktuellen Inhaber des Grundstücks gesprochen haben, das muss man auch gleich nochmal ansprechen, das ist auch ganz schön. Genau, die Geschichte, wie es dann weitergegangen ist mit dem Grundstück und dem Haus oder der Hütte, der sprach davon, dass die Kirche das nicht wollte, aber vielleicht war der nicht so gut auf die Kirche zu sprechen, das kann ja richtig gut sein. Oder anders übermittelt natürlich, weil der Herr Pistor natürlich da sehr ausführlich recherchiert hat. Das Buch werden wir euch verlinken. Ich habe es nur auf Englisch tatsächlich gefunden, ich habe keine deutsche Version des Buches gefunden, aber machen wir auch einen Link, wenn das interessiert, kann er sich das natürlich runterladen. Nicht runterladen, kaufen. Sie wissen schon, was man mit Büchern so macht. Runterladen wäre dann ja mehr der Podcast. Genau, aber das Haus, das Grundstück, da gibt es ja auch noch so ein paar interessante Geschichten. Das ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Der Besitzer dieses Grundstücks, der das Haus, das aber nicht mehr das Originalhaus ist, weitervermietet, war selber mal, oder dessen Familie, dessen Vorfahren waren selber mal unter Verdacht, sind dann aber auch wieder freigelassen worden. Und der hat dann irgendwann in den 50er Jahren, oder die Familie hat dann irgendwann in den 50er Jahren dieses Haus abreißen lassen. Und da waren bis dato wirklich noch diese Axthiebe zu sehen im Rahmen, die du angesprochen hast. Also das heißt, die Leute, die da drin gewohnt haben, die haben quasi mit den letzten Anzeichen dieses schrecklichen Verbrechens noch gelebt, Jahrzehnte. Dann ist das aber abgerissen worden. Was aber heute noch wohl steht, ist eben dieser Schuppen auf dem Grundstück. Aber das Haus ist eben nicht mehr original. Aber man erzählt sich ohnehin Geistergeschichten von diesem Haus. Also besonders zu einem Jahrestag des Verbrechens herum hört man sehr merkwürdige Dinge. Also Kinder hört man ab und zu. Man hört einen Hund. Ach, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Interessantes Indiz war der Hund, der sehr aggressiv sein sollte. Also ein richtiger Wach- und Hütehund, wie man ihn auf so einem Bauernhof erwartet, der Fremde wirklich gehasst hätte. Der hat wohl sich nicht groß gemuckst. Das heißt also, aus dieser Stille des Hundes hat man geschlossen, dass das jemand gewesen sein musste, den er kannte. Sonst hätte er gebellt oder ihn gebissen oder sonst irgendwas angestellt. Und diesen geisterhaften Hund, den soll man angeblich heute noch um den Jahrestag des Verbrechens herum bellen hören, eben Kinder stimmen, Türen klappern, klopfen an der Tür. All das erzählt man sich oder sollen die angeblichen, also sollen die Bewohner angeblich erlebt haben. Das heißt, es sind wirklich so klassische Spukereignisse. Wie das einzuordnen ist, das überlassen wir mal jedem da draußen selber, wie das so mit Spuk ist. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Man spricht sogar von einem regelrechten Fluch, denn auch die Ermittler sollen angeblich merkwürdige Schicksale erlitten haben. Also dieser Sheriff, der da ermittelt hat, der soll dann irgendwo in einem Gerichtsgebäude von einer Balustrade gefallen sein. Augenzeugen wollen aber gesehen haben, dass er geschubst wurde und der soll auch irgendwie total clever und kräftig gewesen sein. Also der hätte gar nicht fallen können, erzählt man sich. Und ja, insofern ist damit halt irgendwie alles mögliche so an Folklore noch verbunden mit diesem Verbrechen. Aber natürlich, wie das so ist bei einer Geschichte, die den Menschen sehr bewegt hat, die Emotionen hervorgerufen hat, jeder fügt unter Umständen natürlich als Erzähler der Geschichte ein kleines Fitzelchen noch hinzu und dann bilden sich natürlich diese Geschichten in der Tradition der Erzählungen, die dann unter Umständen viel, viel mehr sind als das Eigentliche. Wir waren ja auch ein bisschen vorsichtig, je nachdem, wir eine ganze Reihe Internetseiten verlinken, die über diesen Mordfall berichten und da sieht man schon, dass sich da in Details die Dinge schon auch unterscheiden oder dann eben hier in dem einen Artikel dann der Name des Friedhofs nicht korrekt geschrieben ist, weil es eben also Überbleibs einer deutschen Enklave sind. Das muss man alles mit ein bisschen Vorsicht genießen und entsprechend einordnen. Wir können aber festhalten, dass tatsächlich dieser Mordfall nicht aufgeklärt ist. Das Haus ist dann irgendwann abgerissen worden, jetzt gibt es da ein neues Haus. Die Original-Scheune steht noch, obwohl sie innen drin auch umgebaut worden ist und die derzeitigen Bewohner oder die Bewohner, die jetzt in den letzten Jahren da gewohnt haben, berichten, aber das auch immer mal wieder über diesen Weg, der da vorbeiführt. Autos fahren, die dann anhalten und da werden Fotos gemacht. Also irgendwie ist dieses Anwesen der Stelts and Readers ja schon so ein Ort für vielleicht True-Crime-Freunde, für Menschen gepflegten Grusels vielleicht auch geworden, wie sich dann solche Dinge entwickeln und sicherlich ist dieser diese Axtmorde von Milstead ein Teil der amerikanischen DNA. Es lässt jetzt natürlich nach über so viele Jahre, aber damals 1874 in den darauffolgenden Jahren war das schon sehr vielen Amerikanern ein Begriff und immer wieder so ist natürlich mit ungelösten Mordfällen, die üben eine Faszination aus für Menschen. Das ist hier nicht anders und wie bei Hinterkaifeck, das erleben wir ja bis heute unter der Episode, die wir gemacht haben, dass ihr kommentiert, es könnte doch aber auch der und der gewesen sein oder es macht doch total Sinn, dass der und der es war. Das ist natürlich völlig legitim, diese Spekulationen zu machen, aber wir haben ja keinerlei Beweise oder auch ihr habt natürlich keinerlei Beweise für diese Spekulationen und jetzt, also insbesondere hier bei diesem Axtmord von Milstead ist ja auch die Spurenlage so schlecht und so zerstört und so zerrissen, dass Spekulationen natürlich gar nichts bringen. Man kann jetzt natürlich sagen, rote Haare, das muss doch dieser Efken gewesen sein und dann hat er ja auch diese Taschenuhr jetzt plötzlich gehabt. Naja, es wird erzählt, dass er die gehabt hat und es wird erzählt, dass der Stetson-Reed die auch gehabt hat. Wir wissen es halt einfach nicht und da wird natürlich sehr, sehr viel vermischt und insofern müssen wir in diesem Fall vermutlich ähnlich wie bei den schreiblichen Vorkommnissen in Hinterkalfeck damit leben, dass es nicht aufgeklärt werden wird. Ja, und jetzt muss ich noch ganz am Ende ein Funfact liefern im Zusammenhang mit dem Buch von dem Nikolaus Pistor. Der ist, nachdem er aber mit diesen Geschichten aufgewachsen ist, wie ich geschildert habe, doch erst wieder drauf gekommen, ein Buch über diesen Fall schreiben zu wollen, nachdem er mit einem gewissen Reverend Francis Cleary gesprochen hat, bei dem er ein Seminar besucht hat in St. Louis und Francis Cleary ist der Typ mit dem Exorzismus, der dann hinterher Blatty zu The Exorzist inspiriert hat. Nein. Genau der, ja. Und den hat er nämlich getroffen, hat er ein Seminar gemacht und hat dann hinterher natürlich gefragt, ja wie war denn das mit diesem Exorzismus? Und dann haben sie aber so ein bisschen noch über dies und das gesprochen und er hat dann wohl gefragt, wo der Pistor herkommt und dann hat er gesagt, ja da und daher, ach das ist da, wo diese schrecklichen Morde waren. Und dann haben sie halt da ein bisschen drüber gesprochen und das hat ihn dann draufgebracht, den Fall nochmal aufzurollen und in die Archive zu gehen. Verrückt. Ja. Was sich da so für Kreise schließen? Ja. Ja, also wir haben einen ungeklärten Mordfall. Wir haben Polizei, die zum damaligen Zeitpunkt ja eher gewählt durch politische Ämter, der Sheriff wurde gewählt, war nicht durch Qualifikation oder Ausbildung, Alexa hat sehr, sehr schön beschrieben und wir haben im Grunde genommen überhaupt keine forensischen Techniken zur Verfügung gehabt und damit eben auch, denke ich, bis heute werden wir keine Chance haben, diesen Mordfall aufzuklären. Aber ein interessantes Segment amerikanischer Geschichte und wenn ihr euch die verschiedenen Artikel nochmal durchlest und dann auch die verschiedenen Zeitungsartikel, die man dann noch finden kann zu diesem Thema, dann fügt sich da ein Bild und ganz interessant war dann nochmal der Belleville Advocate, der 1874 dann auch in einem Artikel dann irgendwann dann schließend zu diesem Fall schrieb, der Mord in Sextown wird mit dem Zusatz Geheimnis im englischen Mystery in die Geschichte eingehen. Das heißt also bereits 1874 war der Reporter, der diesen Artikel geschrieben hat, eigentlich schon davon überzeugt, dass das nicht aufgeklärt wird und ein Mysterium bleiben wird, ein Geheimnis und da hat er interessanterweise tatsächlich Recht behalten. Ja und jetzt haben wir schon gesagt, wir haben diesen Fall so ein bisschen ausgesucht, weil wir noch einen Preis ausgeschrieben, eine Verlosung haben, da freuen wir uns sehr, dass wir das machen können. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in München, wir sind also aus dem Landleben in die große Stadt gefahren und waren bei Sony BMG in München eingeladen zur Premiere deren neuen Labels Europa Next, wie es jetzt heißt, Europa eben Hörspiele und eigentlich ja geprägt durch Hörspiele für Kinder und Europa Next jetzt die Idee Hörspiele für Erwachsene und wir haben ja schon über Wie Dann berichtet und auch über den zweiten Teil von Wie Dann kann ich jetzt sagen, werdet ihr auch gleich hören, wir haben auch ein paar Informationen zu Wie Dann sind drei eventuell rausgehört und haben über Hideaway berichtet und Raimon hat eine neue Geschichte jetzt geschrieben über eine Stadt namens Hurricane in den Vereinigten Staaten und die Reihe trägt den Untertitel Stadt der Lügen und wir haben bei dieser Premieren Veranstaltung zum einen ganz was Leckeres zu essen bekommen, das dürfen wir auch mal sagen, das war ganz nett und wir hatten dann tatsächlich die Gelegenheit mit Raimon mal wieder zu sprechen, nicht ganz so lang wie sonst, aber immerhin ein paar Minuten und das war sehr nett, Alexa, oder? Das war super spannend und ich finde auch das Setting und die Geschichte sehr, sehr spannend, die er da entworfen hat, aber das müsst ihr euch gleich einfach selber anhören und dann natürlich auch das Hörspiel. Genau, also hören wir erstmal rein, was Raimon Weber jetzt über Hurricane Stadt der Lügen selber zu erzählen hat und über die Entstehung und wir hören uns dann gleich nochmal wieder, damit wir euch erklären können, wie ihr dann eine von fünf Boxen gewinnen könnt von Hurricane Stadt der Lügen, aber jetzt hören wir erstmal rein, was denn der Meiste des Grusels, dabei ist jetzt so sympathisch, hören wir mal, was Raimon zu erzählen hat. Ja, wir sitzen hier gerade im Sony Hauptquartier in München, freuen uns sehr, dass wir hier sind und haben mal wieder Raimon Weber zu Gast, man könnte ja sagen, dass das langsam in Serie geht, Raimon, schön, dass du da bist und heute war die Premierenfeier zu Hurricane deiner neuen Hörspielreihe, jetzt bei dem Label Europa Next, so heißt es jetzt, die Erwachsenen vielleicht magst du unseren HörerInnen ganz kurz in ein paar Worten beschreiben, wir werden den Trailer auch verlinken, den kann man sich dann anschauen, worum es in Hurricane geht. Hurricane ist eine kleine Stadt inmitten in Alaska zwischen Anchorage und Fairbanks und auf den ersten Blick erscheint dort das Leben in ganz geregelten, ruhigen, fast langweiligen Bahnen abzugehen, das tut es aber nicht, weil irgendwann bringt der Sohn des Polizeichefs gemeinsam mit seiner Freundin ein Touristenpärchen um. Das kommt dann raus und der Polizeichef muss es verschleiern, aber das ist eigentlich nur der Beginn vom Plot, weil dann setzt es eine gigantische Kettenreaktion in Bewegung und ganz viele Leute sind daran beteiligt, jeder will Vorteile daraus ziehen, Korruption, Drogenhandel, Prostitution und letztendlich jeder gegen jeden und alle sind miteinander verstrickt und um alle Charaktere zieht sich die Schlinge immer mehr zu, es wird unerträglich für die einzelnen Individuen und die Einzige, die sich versucht dagegen aufzulehnen ist die Polizistin Pam Turner, aber sie hat praktisch alle gegen sich. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dich so richtig die Inspiration für diese Geschichte erwischt hat oder war das mehr so ein Zusammenkommen von verschiedenen Gründen, die die Geschichte jetzt für dich reizvoll gemacht haben oder das Motiv reizvoll gemacht haben? Ja, es gab einen realen Auslöser und der ist eher sehr, sehr traurig. Vor Jahren gab es einen Fall in Dessau. Eine chinesische Studentin wurde dort tatsächlich von einem Pärchen in einen Hauseingang gelockt und dann umgebracht. Das ist eine wahre Geschichte und auch dieser Sohn war der Sohn des Polizeichefs von Dessau und der hat das dann versucht zu vertuschen und seine Frau war die Stellvertreterin, also war die Polizei von Dessau mehr oder weniger ein Familienbetrieb, so wie jetzt die Polizei in Hurricane, Alaska. Und das ist dann natürlich alles aufgeflogen und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Das Ganze habe ich dann weiter gesponnen und ich fand das so schockierend, weil man muss sich vorstellen, als die Staatsanwaltschaft kam denen dann drauf, es wurde schlecht ermittelt und dann wurden die suspendiert und dann wurden andere Polizeikräfte eingesetzt, die dann den Fall aufklären sollten und es schließlich auch geschafft haben. Aber während zum Beispiel in Dessau die Bevölkerung eine Ehrenwache auf dem Markt zu in Gedenken an die verschwundene Chinesin gemacht haben, eröffnete der Polizeichef, der suspendierte Polizeichef mit seiner Frau einen Biergarten mit Blasmusik. Das kann man nicht erfinden. Hätte ich das so geschrieben würden, diese Leute sagen, der spinnt, der Weber. Aber das war so der Plot, das Ganze nach Alaska zu verlegen, wo es eigentlich noch verwegener ist. Da spielen dann auch noch Drogengeschäfte mit ein. Ich muss einfach sagen, das hat dann auch Spaß gemacht. Ravan, du bist jemand, der gerne in die dunklen Ecken blickt. Es klingt hier so ein bisschen so, unsere Hörerinnen kennen ja noch wie dann sicherlich jetzt die beiden Staffeln, die gelaufen sind. Da ging es ja auch in etwas übersinnliche Sphären, vielleicht, wenn man es so formulieren möchte. Ich habe den Eindruck, nach dem, was du hier erzählst, Hurricane ist ein bisschen mehr im Realen verortet, aber beschäftigt sich ein bisschen mehr mit der Psyche von Menschen. Würdest du das unterschreiben? Ja, das siehst du ganz richtig. Wir bleiben im realen und tauchen dann in die Abgründe der menschlichen Psyche ein. Und da kommen verschiedene Charaktere rein. Es gibt den Elder Clan, der im Drogengeschäft ist. Dort haben wir allein drei Elderbrüder, deren Charaktere so verschieden sind, plus der Mutter, die diese Brüder auch noch lenkt. Und diese Charaktere zu entwickeln, das macht Spaß. Oder wir haben auch den Polizeichef Nitzinger gesprochen, von Till Hagen. Man meint, er hat das Sagen. Er ist der Dominante in der Geschichte, ist er aber nicht, weil hinter ihm steht noch seine Frau. Das klingt sehr, sehr spannend. Gruselst du persönlich dich eher bei Monster of the Week Horror Filmen oder bei übersinnlichen Geschichten oder doch eher, wenn das Böse im Menschen selber begründet liegt? Eigentlich beides, aber es gibt für mich im Bereich Horror eine gewisse Grenze für mich. Ich gucke mir keine wirklich harten Grusel-Horror Filme an, weil es ist eigenartig, mit 16 hatte ich da kein Problem, aber mittlerweile bekomme ich Angst, wenn das Monster um die Ecke kommt, plötzlich aus dem Dunkeln schießt und dann irgendjemand umbringt, das bereitet mir heute keine Freude mehr, da kann ich es war es war over the top es war jetzt auch nicht splatter gut im höher Bereich wird auch schwierig aber es war so dass es dich gepackt hat aber ich konnte trotzdem nachts gut schlafen obwohl es mich gepackt hat das fand ich sehr sehr angenehm insofern ein Kompliment an der Stelle an dich lass uns noch mal ganz kurz darüber reden dass du ja nicht nur die Geschichte geschrieben hast du hast das ganze mit deinem Freund und Manager Uwe Kallick ja auch produziert und Regie geführt ähnlich wie bei wie dann zwei vielleicht magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen jetzt bei wie dann im Grunde genommen eine Fortsetzung da war man vielleicht schon ein bisschen mehr drin jetzt eine ganz neue Geschichte mit ganz neuen Sprechern wie war das für dich war das schwierig ganz neu zu starten oder war es einfach du lernst ja immer mehr wie dann eins davon haben wir sehr viel gelernt es werden auch immer wieder kleine Fehler gemacht das ist heute das hätte man besser machen können aber das ist einfach normal das ist in jedem Job so und bei wieder an 2 glaube ich habe schon mal eine Stein vor allem von der Dichte der Person und der Geschichte das schönste ist immer wenn die Leute sagen ich habe einen Film gesehen das ist für mich wirklich das tollste was passieren kann wenn ich schreibe sehe ich nur Bilder ich tauche dann da ein und sehe die ganzen Charaktere direkt vor mir was sie an haben wie sie sich bewegen und deshalb war Hurricane eine Weiterentwicklung und mir persönlich ist leichter gefallen Wie ist Raimond Weber in der Regie also bist du nitpicky also sagst du nee den Satz hätte ich bitte gerne nochmal ein bisschen anders oder hast du dadurch dass du vielleicht den Luxus hast dir die Sprecher auszusuchen so ein Urvertrauen und sagst die werden das Skript verstanden haben und werden das schon so machen wie ich mir das vorgestellt habe Das ist von Sprecher zu Sprecher unterschiedlich das Schöne ist ja manchmal überhörst du auch etwas das ist halt so und dann sagt der eine halt das brauchen wir nochmal aber wichtig ist für mich dass du eine sehr angenehme Atmosphäre hast und dass auch von vornherein jedem Sprecher genügend Zeit und Raum eingeräumt wird nicht dass der Nächste schon an der Tür klopft Atmosphäre ist ganz wichtig und ich weiß auch dass viele Sprecher gerne kommen sie machen heißt auch für eine gute Atmosphäre zu sorgen am Ende des Tages ja ganz genau ich meine fast alle Sprecher die kommen sind top Leute mit denen ich auch gerne hinter ein Bier trinken würde hast du auch Rollen so ein bisschen anders besetzt als man sie von den Sprecherinnen und Sprechern vielleicht sonst kennst also du hast angekündigt ich kann es ja hier schon sagen dass ein Sprecher mal so richtig böse sein durfte was gab es da für einen Hintergrund also dass jemand mal so richtig den Bösewicht den er vielleicht in sich selber spürt auspacken kann Gerrit Schmidt Voss bekannt als Synchronstimme von Leonardo DiCaprio wo auch manchmal wirklich aus sich herauskommen muss als Leonardo ich habe schon ganz lange mit ihm gearbeitet früher bei Point Widmark und wir hatten ihn in Vidan 2 in und das haben wir dann in Hurricane noch mal gesteigert und vor allen Dingen dieses Borderline das er rüberbringt mit seiner Freundin auch gerade noch so ach ja wir bringen das da macht er einen winzigen Fehler und er schnappt komplett über und hinzu kommt auch noch dass er ein Drogen User ist und das bringt er hervorragend drüber also großes Kompliment Gerrit macht Angst wir freuen uns schon mal drauf jetzt müssen wir einfach noch mal darüber sprechen weil wir auch das schon gefragt worden sind also wie dann großartig zwei Staffeln erschienen jetzt waren einige Leute überrascht dass es nicht wie dran drei gibt sondern eine neue Reihe was könntest du diesen Menschen noch mit auf den Weg geben also ich habe so ein bisschen mitgekriegt dass die Diskussion lautet oh Gott wenn es Hurricane gibt gibt es nicht wie dann drei das ist Unsinn das eine verraten an wieder drei habe ich schon sehr eindringlich gearbeitet das wird viele sehr sehr freuen am Ende vielleicht nochmal den Sales Pitch für all die jenigen die jetzt zuhören warum sollte man Hurricane in einem Streaming Dienst oder als Box oder wie auch immer heute gibt es ja zahllose Möglichkeiten warum sollte man das hören es ist eine wie ich finde unglaublich intensive Geschichte und ich sage es nochmal es ist uns so sagen schon einige und ich hoffe dass das viele so sehen es entsteht das ist ein alter Spruch Kino im Kopf und ich glaube das ist uns wirklich gelungen wir haben auch an der Atmo noch mal mehr gearbeitet wir hatten einen Geräuschemacher viele Tage im Studio das heißt wir haben jeder Person markante Schritte gegeben weil ist klar die Polizistin trägt andere Schuhwerk als der Direktor der Goldmine und dessen Frau und deshalb erkennst du schon aha da kommt der Direktor aha da kommt der Polizeichef das heißt aber auch man sollte das nicht über den Handy Lautsprecher im Bad hören sondern eventuell doch ein paar Kopfhörer aufsetzen wer das über das Handy hört ich sag mal so der bricht dem Autoren das Herz glaube also uns hast du auf jeden Fall überzeugt ich Vielen Dank und dann hören wir uns eventuell bei wie dann drei oder hurricane zwei oder etwas ganz neuem wir bleiben gespannt es ist immer schön auf dich zu treffen und wir wünschen dir alles Gute jetzt erstmal für hurricane und für all deine Projekte in der Zukunft ich und ihr könnt jetzt wie ich gerade schon gesagt habe eine von fünf Hörspielboxen von hurricane statt der lügen gewinnen alles was ihr dazu tun müsst ist uns eine mail zu schreiben in dem ihr uns sagt in welchem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika denn hurricane sich befindet ein bisschen komplexer aber zehn cds zu gewinnen in einer schönen box da kann man auch mal ein bisschen recherchieren und die Antwort dazu schickt ihr uns bitte bis zum 15 juni 23 59 und wie immer bei unseren gewinnspielen braucht ihr im Grunde genommen nur in dem Betreff das Lösungswort reinzuschreiben und dann losen wir und solltet ihr dann gewinnen melden wir uns bei euch wegen Datenschutz dann haben wir nicht so viele Daten von euch und am Ende des Gewinnspiel löschen wir dann auch immer alle Einsendungen deswegen wenn ihr das verbinden wollt mit einem Themenvorschlag oder einer guten Idee oder ihr wollt meckern oder noch wie schöner ihr habt was positives zu Huxeller zu sagen und denkt wenn ich schon eine Mail schreibe dann mache ich das vielleicht schreibt dann einfach kurz zwei Mails einmal nur Lösungswort senden und dann wenn ihr ihr davor sitzt das andere weil ich lösche es dann und ich gucke auch dann tatsächlich nicht in alle Mails rein es sind dann immer relativ viele Einsendungen und dann geht sowas eventuell verloren was ja schade wäre aber einfach weil wir im Sinne der DSGVO möglichst datensparsam unterwegs sein wollen sollte das nicht mit Daten zu einem Gewinnspiel zusammenhängen ist alles umständlich und den allermeisten wird das auch wurscht sein weil die wollen natürlich hier auch konform mit den Gesetzen und Datenschutz gehen alles by the book alles by the book genau also das Chance auf eine von fünf Boxen hört rein wir finden das Hörspiel wieder sehr angenehm zu hören das fängt ein bisschen langsam an muss ich gestehen am Anfang habe ich gedacht wo geht denn die Reise hin und dann zieht es aber ziemlich an das kann man schon sagen und macht ein bisschen Freude in die Stadt der Lügen hinein zu schauen ja und damit sind wir im Grunde am Ende des Themas Alexa aber jetzt will ich doch auch bitte noch mal wissen ob jetzt irgendwo in einem See ein VW Käfer nebst Fahrer liegt und eigentlich kommt man ja gar nicht hin zum See das musst uns jetzt bitte gleich nochmal aufklären der VW vom Königssee Die Auflösung Die Geschichte vom VW im Königssee ist tatsächlich wahr man kann sie nachlesen an verschiedenen Stellen im Netz es gibt auch Videos von Tauchgängen die unternommen wurden und dort ist eben tatsächlich so ein VW Käfer Ovali zu sehen also so ein ganz bestimmtes Modell und die Geschichte dahinter ist natürlich in den Artikeln dann in den verschiedenen mehr oder weniger ausgeschmückt aber durchaus belegbar und hat sich zugetragen im Jahr 1964 am 28. Januar ist da tatsächlich jemand übers Eis gefahren obwohl da eine Absperrung war und es als nicht ganz sicher galt das war wirklich jemand der sich dann eben selber seinen Weg auf das Eis gesucht hat und dieser Mensch ist dann eben auf dem Rückweg von der von St. Bartholomä bei der Falkensteinwand ins Schlittern gekommen und dann auf eine Stelle zugefahren oder oder zugeschlittert die eben nicht mit Eis bedeckt war und ist dann einfach im Wasser versunken also der ist auch nicht eingebrochen sondern der ist wirklich dann einfach an einer Stelle gelandet wo kein Eis war und dann eben versunken und dort leider auch ertrunken Ich muss sagen mich hat die Vorstellung dass die Familie die sterblichen Überreste dieses Mannes nicht bergen wollte ein bisschen schockiert also wenn ihr dazu neuere Informationen habt dass die doch irgendwie geborgen wurde die die Leiche dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen ich habe versucht noch im Netz ein bisschen mehr dazu herauszufinden es war aber ein bisschen schwierig ich habe nur den Hinweis gefunden dass man auf den Videos und auf den Bildern eben natürlich den Menschen der da begraben liegt sozusagen im eisigen Wasser ausgespart hat aus Pietätsgründen und insofern gibt es natürlich Hinweise darauf aber die Geschichte vom versunkenen Käfer ist definitiv wahr und es steht dann in der Zeitung oder nicht in der Zeitung es steht im damaligen Polizeibericht der See ist an dieser Stelle 120 circa 120 Meter tief möge dieser tiefbedauerliche Unfall allen zur Warnung dienen die immer noch glauben den Königssee mit Kraftfahrzeugen auf Umwegen überqueren zu müssen also eine tragische eine traurige Geschichte die ja heute noch für Spannung sorgt bei Menschen die den Königssee besuchen und dort eventuell auf Leute treffen die sich da auskennen und diese Geschichte erzählen können Aber eine wahre Geschichte wirklich eindrücklich und bedrückend ein Stück weit Ja damit sind wir am Ende der 296 Episode von Huxilla in Remote aufgenommen ein bisschen schwieriger und ungewohnt für uns schöner ist wenn wir zusammen vor dem Mikro sitzen aber immerhin können wir aufnehmen wir werden auch zeitnah das nächste Thema noch aufnehmen und haben schon gute Ideen für die weiteren Folgen das heißt wenn alles alles gut geht und nichts Schlimmes passiert sollen diesen Monat vier Huxilla Folgen erscheinen und dann auch noch einige der Fan-Gespräche die ich auch noch mal nachträglich hochladen möchte es ist wieder die Zeit des Jahres hätte ich fast gesagt die Zeit des Podcasts wo wir Danke sagen für die zahlreichen Unterstützer und ich kann jetzt hier schon mal für alle die bis hier hinzugehört haben schon mal sagen demnächst wird es ein Video geben wenn Alexa wieder hier am Ort ist im Vorarlpillland wo wir dann nochmal Dinge einsinkt wir haben die Überlegung dass wir Huxilla besser machen können an einigen Stellen dass wir besser oder verlässlicher veröffentlichen können dass wir nicht mal so dieses Problem haben dass zum Ende des Monats es sich knubbelt und da haben wir so verschiedene Ideen und eine der größten Ideen die das bedeutet oder wie wir das hinbekommen dass Huxilla noch besser wird und wir uns noch weiter verbessern können ist die Tatsache dass es cooler wäre wenn ich nicht zwei Berufe hätte sondern einen Beruf der Huxilla heißt das heißt es gibt aktuell tatsächlich die Planung hier im Huxilla Loft dass der Herr Huxmaster vielleicht demnächst nur noch podcastet und damit das gelingt und ihr dann noch besseres Produkt mit vielen anderen Dingen die wir dann beschreiben werden demnächst wäre es halt super wenn sich noch mehr unserer HörerInnen dafür entscheiden könnte uns zu unterstützen mit einem kleinen Betrag im Monat wir haben im Moment ungefähr zwei Prozent unserer HörerInnen die uns unterstützen was großartig ist das ist ja so ein bisschen so ein Solidarprinzip also dass Alexa jetzt gerade ein neues Audio Interface hat damit wir vernünftig an Qualität euch auch solche Remote Dinge liefern können wenn wir nicht an einem Ort sind was sich vielleicht auch häufiger demnächst ereignen könnte das können wir alles darüber auch finanzieren und das hilft natürlich ungemein wir haben keine Angst mehr davor dass Geräte kaputt gehen aber für eine zweite Selbstständigkeit müsste es noch ein bisschen mehr werden und wir haben das noch nie so angekündigt aber es wäre halt super wenn ihr jetzt sagt das klingt interessant wir beschreiben es nochmal ausführlicher aber so Richtung September müssen wir eine endgültige Entscheidung treffen wenn ihr sagt ein Euro im Monat habe ich über oder sogar 2 Euro oder 2 Euro 50 oder wir haben ja auch Menschen was ich absolut eindrucksvoll finde die uns mit größeren Summen unterstützen die größte Summe die wir bekommen sind 25 Euro im Monat was totaler Irrsinn ist aber was ermöglicht dass Alexa schon selbstständig ist da sind wir sehr dankbar drüber also wenn ihr da sagt komm Euro im Monat habe ich über ich höre mir das an das macht mir Spaß das hilft ungemein und wir haben sehr viele Hörer und wenn alle Hörer innen einen Euro im Monat überweisen würden die wir so per Download haben dann können wir den Ort in dem wir wohnen wahrscheinlich relativ schnell kaufen das natürlich Unsinn und es gibt viele Menschen die einfach das Geld nicht haben das Thema Armut ist ein großes Thema gerade aktuell bekommen wir das ja wieder mit und alles wird teurer insofern ebenso ein Prinzip der sagt ich habe einen Euro im Monat über ich kann den erübrigen damit alle anderen auch weiter Huxeler hören können das wäre super gibt es demnächst noch mehr ich wollte es Ein letzter Hinweis was auch passieren kann was uns dabei auch helfen kann ist tatsächlich dass ihr so andere Produktionen an denen wir beteiligt sind vielleicht auch unterstützt oder das spannend findet denn aktuell ihr habt das ja mitbekriegt hat Alexa eine Staffel Klugscheitern gemacht und es hat jetzt noch ein neues Format gegeben das heißt Kult oder Käse wo wir gemeinsam mit Tommy Krapfweiß Barbara Landsteiner von Storytel und Florian Schmidt vom Klassik Radio Filme besprochen haben alte Filme und das ist zum Teil hochemotional gewesen weil wir die nicht alle gut fanden und ein paar fanden wir aber auch sehr gut und bei allen haben wir uns gefördert genau und wir haben uns da ziemlich gezankt zum Teil auch ist auch schön wenn Tommy und ich mal nicht einer Meinung sind das geht auch das geht dann auch sehr gut sogar und sehr lautstark und all das könnt ihr hören bei Kult oder Käse das gibt es bei Storytel das Portal wir werden euch einen Link geben unter storytel.de slash Huxilla kann man dann sogar 60 Tage sich das mal alles kostenfrei anschauen neben diesen Audioinhalten die es da exklusiv in dem Fall gibt es da auch Hörbücher und die kann man dann streamen man kann also so viele Hörbücher streamen im Monat wie man möchte schaut es euch an 60 Tage in aller Ruhe in den 60 Tagen kann man prima die 8 Folgen Kult oder Käse sich anhören und kann die Staffel klug scheitern sich anhören die Alexa da produziert hat mit vielen spannenden Leuten wie Gald Bonink Tommy und Sophia Holm ist dabei Holm Giro Hümmler Lucy 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 Also ganz ganz viele spannende Leute Roman Scham auf ein guter Freund von uns und das war ein tolles Format ich finde das sehr sehr gut und hört da mal rein und nutzt das und auch das hilft uns weil dann die von Storytel sagen oh guck mal das hat vielen Leuten gut gefallen vielleicht machen wir noch mal eine zweite Staffel zum Beispiel von Kult oder Käse wenn sich das viele angehört haben und das unter Umständen bewertet haben und das kann dem Vollzeit Hoax Mastertum eventuell helfen so jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet egal es macht Freude wir sind immer noch mit Herzblut dabei wir haben die Themen stehen Alex und ich streiten uns immer weil ich ein Thema unbedingt machen will Alex da sagt immer nein das müsste da muss ich mehr lesen für das will ich unbedingt gut machen und die Redaktionssitzungen sind nach wie vor spannend bei Hoax ja die Arbeit macht uns da seit über zwölf Jahren seit über zwölf Jahren jetzt Anfang Juni können wir das sagen machen wir das und werden da überhaupt nicht müde und das ist eine große Freude und euch zu spüren so blöd wie das klingt durch Nachrichten Mails durch alles was ihr uns so zukommen lässt ist einfach großartig und dafür sagen wir danke wünschen euch alles Gute und natürlich immer schön skriptisch bleiben Tschüss der Hoaxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen so wie das schon viele andere tun vielen Dank dafür Hoaxilla unterstützen geht dabei ganz einfach zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal wie das genau funktioniert seht ihr auf hoaxilla.com unter dem Punkt unterstützen Schickt Fragen Anmerkungen oder Feedback an info at hoaxilla.de und wenn ihr mögt dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten die uns führen